Wir haben eine Zeit, entweder wir machen es oder wir machen es halt nicht. Ich denke, ich denke auch so. Gut, dann machen wir es jetzt so. Dann wird jetzt der Peter anschließend auch noch mal kurz voll geblutet. Sorry. Gut, dann machen wir bitte die Tür zu. Was? Hast du da eine Clash? Oder sind wir ein bisschen mehr? Gut. Gut, zieht man mich? Soll ich noch da eher oder wohin? Ui, dann siehst du wieder nichts, gell? So, kann ich das stehen bleiben? Gut, können wir dann? Ja. Gut, dann bitte absolute Ruhe und vollste Konzentration. Sind alle bereit? Harry, du bist bereit? Ja. Haben alle ihre Schutzbrillen auf? Das müssen wir nicht aufziehen. Ich habe keine. Ich bin nur wenig zu tun. Ich sitze hier hinten. Okay, wer da hinten ist, braucht dann einen. Habt ihr vorne noch welche? Wenn irgendwas sein sollte, schreit Abbruch davor, okay? Das, dass wir die zwei nicht auswählen. Gut. Die Europarks rein. Das brauchen aber alle, nicht schätze ich. Ja. Hört ihr mich trotzdem noch einigermaßen? Ja, ich höre mal. Ich höre mal. Immer. Gut. Immer. Dann. Na da? Ja. Okay. Wenn irgendjemandem was einfällt, was wirklich nicht perfekt ist, jetzt sagen. Außer das T-Shirt von Seven. Ich bin scheiße. Außer Seven. Okay. Dann gehe ich jetzt davon aus, dass wir alle bereit sind. Und möchte bitte drehen. Absolute Ruhe. Den Ton bitte ab. Ich stehe hier ums Eck. Ja, gerne. Sieben F, die Ärzte. Das ist also nicht so wichtig. Und bitte. Bitte. Wichser weiß ganz genau, dass du Scheiße gemacht hast. Danke. Danke aus. Und? Das stinkt. Das ist alles klar. Ich habe gedacht, das war mal ein Scheiß mit voll. Es ist immer ein bisschen gut, dass du es dann nicht erinnerst. Es ist so.